Servus Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Quickie mit Ingmar. Eigentlich ist das kein normales weiteres Quickie mit mir, sondern es ist eine Fortsetzung vom letzten Quickie. Im letzten Quickie ging es um Telemetrie-Latenz, geht es heute wieder. Im letzten Video hatte ich ja gezeigt, dass die Zeit von der Datenübertragung, Telemetrie-Datenübertragung vom Empfänger zum Sender und auch sogar wieder zurück, um die LED da zu betreiben, sehr schnell ist. Wir können das noch mal eins anschauen, das ist nämlich der gleiche Versuchsaufbau. Ihr seht, das funktioniert immer noch richtig schnell, aber das scheint nicht der Weisheit letzter Schluss zu sein. Warum das so ist, möchte ich euch heute zeigen. Es ist wieder im Yeti-Forum erwähnt worden, nein, das ist nicht so schnell und direkt, ich habe da tatsächlich Verzögerungen von über einer Sekunde. Und das wollte ich ja herausfinden. Und jetzt habe ich einen nächsten Schritt gemacht. Jetzt nutzen wir nicht mehr diese kleine integrierte Telemetrie im Empfänger, wo man also einen Sensor, in Anführungsstrichen, Schrägstrich einen Schalter, einfach an einem der Servo-Anschlüsse anschließt und das als Telemetrie-Wert an den Sender schickt. Sondern ich habe meinen Test-Sensor, den ich ja auch schon für ein Quickie verwendet habe, wo er mir Geschwindigkeitsdaten, also Speed, Airspeed-Daten geliefert hat. Den habe ich so umprogrammiert, dass er mir jetzt eine variable Anzahl von Telemetrie-Daten liefert. Im Augenblick ist er eingestellt oder programmiert, 16 Telemetrie-Daten zu liefern. Und wenn ich hier auf den Knopf drücke, achso, ihr seht die Telemetrie-Daten übrigens hier im Display. Hier oben die 0, das ist der Schalter, der Test-Schalter. Das ist Telemetrie-Wert 1, Telemetrie-Wert 2, 3, 4, 5 und da geht es weiter. 6, 7, 8, 9, 10, 11 bis 16. Das sind die 16 Telemetrie-Werte, die dieser Sensor momentan liefert. Für die, die es interessiert, die Telemetrie-Daten, die ich hier schicke, sind die mit 14 Bit. Die haben also einen Zahlenwertumfang von plus minus 8191. Das ist ein recht gängiger Telemetrie-Datenwert. Der ist gut geeignet, um Temperaturen zu übertragen, Spannungen zu übertragen und solche Sachen. Deswegen habe ich den verwendet. Davon werden 16 Stück hierher geschickt. Und wenn ich hier auf den Knopf drücke, da ist ein Taster drunter, dann erhöht der Sensor die Sensorwerte um 1000. Wenn ich nochmal drücke, reduziert er sie wieder um 1000. Und was man hier schon sehen kann, das ist nicht immer so schnell wie das mit dem kleinen Mikroschalter ist. Hoppala, ich bin abgerutscht. Man kann das teilweise deutlich sehen, dass das ein bisschen dauert. Auch hier auf der Seite können wir nochmal gucken. Auch da sieht man das deutlich. Und auch hier. Das ist ja eigentlich auch klar, denn es müssen jetzt wesentlich mehr Datenbytes übertragen werden. Und die Hauptaufgabe so eines Empfängers ist natürlich eigentlich die Datenübertragung vom Sender zum Empfänger. Der Rückkanal ist da ein bisschen stiefmütterlicher behandelt. Das heißt, er kann nicht so viele Daten übertragen. Er muss ja auch noch eigene Daten, also wie war die Empfangssituation? Habe ich das Datenpaket vom Sender gültig erhalten? Das muss ja auch alles wieder zurück. Und dementsprechend kann er nicht die gesamten Daten, die ich hier jetzt gerade mit meinem Sensor zur Verfügung stelle, auf einmal übertragen. Das muss er also in Paketen machen, in Häppchen. Und diese Häppchen kommen halt hier an. Da führt das dann, wie man sieht, zu einer Verzögerung. Teilweise geht es schnell, teilweise geht es etwas langsamer. Da sind durchaus Verzögerungen zu sehen. Jetzt hat mich natürlich interessiert, sind denn da auch die Lücken drin, von denen immer ab und zu wieder gesprochen wird? Ja und nein. Im Augenblick sendet dieser Sensor 16 Telemetrie-Werte. Ich habe das aufgezeichnet im Sender, habe das im Yeti Studio ausgewertet, habe es Yeti Studio so eingestellt, dass er nur gültige Daten anzeigt. Also alles, was fehlerhaft übertragen worden ist oder gar nicht übertragen worden ist, ist dann 0. Habe das Ganze in eine Excel-Tabelle exportiert und die seht ihr jetzt hier. Bei diesen 12, nein 16, 16 Telemetrie-Werten sieht das eigentlich alles genau so aus, wie wir uns das vorstellen. Mit jedem Tastendruck werden die Werte geändert, also von 1 bis 16 auf 1001 bis 1016. Und wenn ich nochmal drücke, wieder zurück. Und wir sehen, dass diese Übertragung in Blöcken passiert. Gut, Blöcke. Yeti Studio kann nur alle 100 Millisekunden Daten darstellen. Es ist natürlich durchaus denkbar, dass so ein Block sich dadurch bildet, dass innerhalb dieser 100 Millisekunden die Einzelwerte kommen. Dann wird wieder ein Status sozusagen erfasst vom Yeti Studio. Eben diese 100 Millisekunden Abstände. Und das erscheint dann hier auf der Tabelle in Form von Blöcken. Schwankt zwischen mal zwei, das ist aber sehr selten, üblicherweise drei bis fünf Datenpakete pro 100 Millisekunden. Aber wie man hier auch sehen kann, Lücken hatte es da nicht. So, dann habe ich das folgendermaßen gemacht. Ich habe jetzt meinen Sensor dahingehend umprogrammiert, dass er nicht 16 Datenwerte oder 16 Telemetrie-Werte überträgt, sondern deren 24. Auch das habe ich aufgezeichnet und das können wir uns anschauen. Sieht erst einmal ähnlich aus, wie das mit den 16 Werten. Aber hier sind in der Tat Lücken. Da sind in der Tat Lücken und zwar drei bis vier Sekunden lange Pausen, wo einfach gar nichts übertragen wird. Und dann geht das wieder los. Dann funktioniert das wieder. Dann kommt wieder eine Lücke. Hm, erstaunlich. Also habe ich den Sensor nochmal umprogrammiert und habe ihn 32 Sensorwerte ausgeben lassen. Habe ich auch aufgezeichnet. Können wir uns anschauen. Sieht ähnlich aus, aber die Lücken sind noch größer. Bis zu acht Sekunden. Wenn also ein Sensor intensiv Daten an die an den Empfänger und damit vom Empfänger an den Yeti-Sender überträgt, dann kommt es scheinbar irgendwann zu so einer Art Schluck auf. Da verhakelt sich irgendwas. Das müsste man jetzt noch ein bisschen näher untersuchen. Ob es da vielleicht noch Abhängigkeiten von der verwendeten Art des Telemetrie-Wertes gibt oder nicht. Oder ob man, oder wenn der Sensor Pausen macht bei der Übertragung, also selber sozusagen langsamer sendet, ob es dann besser ist. Das hebe ich mir für noch ein weiteres Quickie auf. Schließlich heißen diese Dinger ja nicht umsonst Quickie. Die sollen ja schnell sein. Weil das aber definitiv ein Problem ist, denke ich zumindest. Da ist irgendwas faul, habe ich das schon an Yeti gemeldet. Die werden sich dem mit Sicherheit annehmen und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Eventuell kann ich da im nächsten Quickie mit Ingmar schon Näheres darüber berichten. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Zeit und verbleibe euer Ingmar bis zum nächsten Quickie oder großen Video. Würde mich freuen. Nichts говорить. Hallo und liebe Zeit! Ein werden bis zum nächsten storage, Plaid Todd, haben wir Snera liefern? Untertitelung des ZDF, 2020